Musik Musik In durchgängig schwarz matt kommt das Rally Kent Premium E-Tracking Bike auf die Pisten. Nur farblich dezent abgesetzte Applikationen wie Logo und Modellname bilden minimale optische Akzente. Dadurch erscheint das Fahrrad ausgesprochen edel und zeitlos. Durch ein überarbeitetes Rahmenkonzept sitzt die Batterie im Unterrohr des ordentlich verarbeiteten Alu-Rahmens. Der Bosch PowerTube Akku liefert 500 Wh und kommt dadurch auch auf ausgiebigen Touren nicht aus der Puste. Beim Motor sitzt Rally auf die Bosch Performance Line CX mit 36 Volt und 250 Watt. Der bewährte Antrieb läuft ruhig und befördert den Fahrer unterstützend auch in steilen Anstiegen tadellos bis zum Gipfelkreuz. Das große Display mit Nahbedienteil und Schiebehilfe lässt sich gut ablesen und hält den Piloten durch zahlreiche Daten immer auf den aktuellen Stand. Für eine immer passende Tretübersetzung steht Shimanos Alfin 8-Gang-Nabenschaltung zur Verfügung. Sanft und geschmeidig lassen sich die Gänge auf allen Strecken verwalten. Mit den 180 mm Shimano Deore T6000 Scheibenbremsen hat man das Rad auch in brenzligen Situationen stets unter Kontrolle. Zusätzlichen Komfort bietet Santus NEX E25 Federgabel. Die blockierbare Gabel mit 15 mm Steckachse gleicht kleinere Unebenheiten zuverlässig aus. Bei nächtlichen Fahrten kann man sich auf den verbauten Hermanns H-Blake MR8 LED-Scheinwerfer verlassen. Der Strahler bietet eine breite sowie weite Ausleuchtung der Fahrbahn und sorgt dadurch für Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr und auf dem Radweg. Das Rücklicht ist in einen Racktime-Systemgepäckträger integriert. Um eine individuell angepasste Sitzposition zu ermöglichen, wird ein verstellbarer Vorbau eingesetzt. Schwalbe Marathon Racer Schlappen runden das überzeugende Konzept des Rally Kent Premium ab. Fazit Beim Kent Premium von Rally gefällt uns vor allem das fehlerverzeihende Fahrverhalten. Das Rad läuft wie auf Schienen durch die Landschaft und präsentiert sich mit zeitloser Optik als edles und zuverlässiges Geschoss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.